hallöchen freunde und willkommen zu einer neuen folge von mit dem seras und wir spielen heute brawlhalla das kennt vielleicht der eine oder andere gibt es auch auf playstation xbox weiß ich jetzt nicht auf jeden fall es ist auf steam kostenlos und ist es so was wie super smash brawler und weil trials fusion bei seras immer noch nicht geht habe ich mir das hier als ausweichspiel ausgesucht weil ich solche von brawler sehr sehr gerne spiele den hier habe ich jetzt ein paar mal gespielt auf playstation mit freunden und das macht schon bock wir spielen voraussichtlich ein best of five wir müssen mal gucken wie lange das dauert je nachdem wie lange er braucht um mich abzufertigen oder das deswegen war ich war mal eine stressliste wo ist jetzt mein blöder stifter und wir gucken einfach mal wie lange das so hat eine tastatur ist echt sehr sensibel ich habe gerade nur so einen kleinen dünnen block auf die f11 geworfen und schon hatte ich ein screenshot sehr gut so picken wir keine charaktere oder wir machen würde ich sagen das macht anfährsten die sieht nicht aus zwei ebenen also die die maps sind so ein bisschen ich würde nicht sagen langweilig aber man muss schon sagen die von super smash war das sind schon ein bisschen geiler die hier sind hübscher von der optik aber langweilige ja so wer bin ich denn da hat ihr seht man kann halt auch waffen picken wie man das halt so kennt und es kommen noch items wie hier zum beispiel so so eine bombe man kann seine waffen werfen scheiße das war nix also ich bin der pirat komm herr ich habe irgendwie die reichweite ne vor allem das zeug hat ein recoil na gut ich erwarte hat meiner gerade geschossen oder ich habe geschossen aber ich glaube deine vorste können auch schießen ich bin ich darf nicht so viel ausprobiert ich will gerade hier ausprobieren kann aber das ist nicht gut einfach drauf ist ein fun brawler alter super komm schon das hat die zwiebel übrigens drei leben nur so ja das war die falsche taste ich hätte einen schweren eintritt machen aus dem leben gepustet also die fäuste sind echt ja die sind rechtlich hänzig das blöde horn friss nein alter sprechen dabei ist gar nicht so einfach nee es ist echt sehr viel konzentration das ist voll der kung fu mönch aber ich glaube das soll es doch wirklich sein ja da kommt es doch gar nicht so einfach da kommt es doch gar nicht so einfach ja dann hol dir mal Detoniert die nachher? Ah, okay. Die geht weg. Ah, Mist, ich will dich reinhüpfen. Alter, der Schwert ist richtig stark. Stimmt, das hätte ich mal vorher benutzen sollen. Okay, keine Experimente mehr. So, was steht denn da jetzt? Score 1. Okay, vielleicht brauche ich doch keine Strichliste. Ich muss aber trotzdem mal... 1. GG. So, next. So, random. Oder bist du immer noch in dem anderen Bildschirm? Ist gut. Ich will die hier. Ja, okay, kriegst du. Weil die hat zwei oben... Zwei oben-Ebenen. Oh Gott, jetzt bist du der. Hä, aber du hast eine andere Farbe jetzt. Das ist blau. 3, 2, 1, brawl! Brawl! 2, 2, 3, 2, 3, 3 2, 4, 3, 3, 4 Was bin ich denn? Konen in weiblich? Das sieht so aus, ist aber auch... Echt stark. Ups. Ups! Da war ja was. Ach, hey, wann habe ich denn die Fäuste aufgenommen? Nein! Ey, das ist gar nicht so einfach mit Mausentastatur. Ach, das Werfen kann man aufladen? Ja. Kannst alles glaube ich ausladen, außer halt den leichten Angriff. Alter, dieser Mönch, das ist der Hammer. Ne, das zählt nicht so, wie wir das wollen. Ne. Ach so, da levelt man auch noch jeden einzelnen Carg da auch. Ja. Ja. Also man kann ja, wenn man, du kannst ja mal auf ein Charakter draufklicken, da kannst du dann andere Skins, andere Waffen und sowas auswählen. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß aber nicht, ob die dann irgendwie stärker sind oder so. Also wenn das so weitergeht, muss man Best of Seven machen. Oh, die sieht aber nett aus. Das sieht so ein bisschen aus wie Ori. Konnt ihr jetzt auf den... Ja, stimmt. Bin ich jetzt? Ich bilden die Tante. Upsi. Da hat er mich getrickt. Alles Absicht. Die Waffen sind schon assi. Man muss sie halt rechtzeitig ausschalten quasi. Upsi. Was war das denn? Die war ein bisschen weich. Hä? Hab ich grad den eigenen Rückschuss abgekriegt oder? Ja. Ich hab dir doch ne Bombe in die Fresse geworfen. Okay. Ey, ich will jetzt endlich mal ne... Hier! Unverschämtheit. Ups. Ich sollte meine Waffe nicht immer sofort wegschmeißen. Alter, das klingt als würdest du ein Schiff spielen. Ja. Der hat gezwiebelt. Au! Ah, Mist! du kannst auch noch attacken daraus zu kommen ja ich weiß ja das war ein best aber wir sind erst bei 11 minuten ok machen wir best of heaven was man mit 4 ok es tut mir leid auch mal da sind drei plattformen zwei plattformen sieht aus wie irgendwelche raumschiffe in einer zerstörten mittelalter welt ok es sind einfach nur zwei plattformen so wer will nicht okay ich starte immer rechts ich weiß dass der wolf ziemlich stark war ja spring einfach runter das sind meine handschuhe bleiben oben ich habe sie gerade nach oben geworfen ich spreche jetzt einfach mal nicht mehr ok wo ist die plattform wollte ich gerade sagen was machst du da also sprechen lenkt einen schon arg ab muss ich sagen mit dem wolf komme ich nicht mehr so ganz klar muss ich sagen das war knapp okay homerun diese attacke ist fies und das hier ist auch nicht schlecht jetzt ist aber mal gut hier okay tiefschlag das habe ich nur verloren weil ich vorhin runter gesprungen bin ich habe erst den ganzen charakter im auge gehabt er ist mir auch ein paar mal passiert ja das war eine klare nummer würde ich sagen rasiert rasiert wie viel steht es denn jetzt eigentlich ich führe jetzt mit einem glaube ich ja oder ich bin mir gerade gar nicht so sicher mal kurz reinschauen ich glaube das letzte war ausgleich für mich was hatten wir denn bisher bisher hatten die neue youtube seite selber so langsam rätselraten mit pulitzer so also was hatten wir wir hatten tricky towers das hast du gewonnen ich habe davor fest full of rags gewonnen also ausgeglichen dann was war davor davor war golf with your friends das hast du gewonnen davor war fort battalion ja dann bist du wieder eins in führung gegangen yeah und damit soll es für heute gewesen sein wir bedanken uns fürs zuschauen und bis zum nächsten mal tschüss tschau 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 tschau